Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Middlegame-Titel und schon wird der Gerichtsvollzieher zum harmlosen Wettvorleger. Rechtliche Titel gegen Sie verlieren jeden Schrecken. Einfach so. Nehmen Sie der Zwangsvollstreckung jeden Wind aus den Segeln. Einfach so. Verdammen Sie den Gerichtsvollzieher zur Untätigkeit. Einfach so. Ich sage es ganz klar. Ihr Gläubiger hat in aller Regel ein moralisches Recht auf sein Geld. Aber er hat kein Recht, Sie per Zwangsvollstreckung komplett über die Klinge springen zu lassen. Und das wird ihm auch nicht gelingen, wenn Sie Middlegegen-Titel lesen. Ihr Ziel muss es sein, Ihren Gläubiger so mürbe zu machen, dass er einem Vergleich zustimmt. Einem Vergleich, mit dem beide Seiten glücklich werden können. Apropos glücklich. Das ist Ihr Gläubiger, wenn er seinen gerichtlichen Titel gegen Sie erwirkt hat. Dabei ist für ihn die Sache dann alles andere als in trockenen Tüchern. Denn wenn Sie den Ratschlägen aus Middlegegen-Titel folgen, merkt Ihr Gläubiger rasch, dass der Weg ans Ziel für ihn gerade erst begonnen hat. Und dass er sehr, sehr lang wird. Und sehr, sehr steinig. Schuldner zittern erst einmal wie Espenlaub, wenn ein gerichtlicher Titel gegen Sie vorliegt. Allein das Wort Zwangsvollstreckung löst wahre Horrorvorstellungen bei Ihnen aus. Sie sehen sich schon in der Gosse verhungern, weil der Gerichtsvollzieher es so will. Aber lassen Sie sich nicht bange machen. Middlegegen-Titel nennt Ihnen Dutzende von raffinierten Auswegen. Ich selbst habe sie allesamt ausprobiert. Denn auch ich stand mehr als einmal im Fadenkreuz der Zwangsvollstreckung. Immerhin drückten mich mal 2,36 Millionen Euro Schulden. Heute bin ich diese Miesen zwar los, aber ich weiß noch gut, wie mich damals ganze Kompanien von Gläubigern per Zwangsvollstreckung zur Strecke bringen wollten. Und? Ist es Ihnen ja auch nur ansatzweise gelungen? Nein. Machen Sie es mir einfach nach und schon wird der Tiger namens Zwangsvollstreckung zum harmlosen Bettvorleger. Auf einmal hat der Gerichtsvollzieher Angst vor Ihnen, nicht umgekehrt. Und das alles nur, weil Sie das geheimen Wissen aus Middlegegen-Titel nutzen. Jeder braucht Geld. Gerade Sie, wenn Sie in der Zwangsvollstreckung stecken. Damit Ihnen niemand den Geldhahn abdrehen kann, lesen Sie alles über die Mittel, mit denen Sie Konto-, Gehalts- und Lohnpfändungen ins Leere laufen lassen. Sogar der Insolvenzverwalter wird zu Ihrem besten Freund, wenn Sie ihm intelligent und entschlossen Kontra geben. Wie Sie das anstellen, das sagt Ihnen mein Ratgeber Mittel gegen Titel. Bei diesem Buch brauchen Sie weder Angst vor Zwangsvollstreckungen zu haben, noch vor fachchinesisch oder erhobenem Zeigefinger. Ich stehe voll auf Ihrer Seite und erkläre Ihnen jeden Schritt in leicht verständlichen Worten. Sie brauchen keinen Anwalt, um den Zwangsvollstreckungstod von der Schippe zu sprengen, sondern nur dieses Buch. Auf CD-ROM oder im Downloadpaket-Set finden Sie alle Werkzeuge, die im Ratgeber empfohlen werden. So können Sie sogar in einem weit fortgeschrittenen Stadium der Zwangsvollstreckung noch rechtzeitig gegensteuern. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher